So, und ein herzliches Willkommen zurück to Mindclone, ähm, genau, genau, äh, jetzt play, bada, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten, die Bäume hatten wir schon, glaube ich, gepflanzt, oder? Bei unserer fliegenden Insel, ähm, nein, nicht du, sondern du, und dann, ähm, lalalala, so müsste das denn passen, okay, meine Frisur ist ja mal wieder top, top am Arsch, okay, schauen wir uns doch allesamt gerade ein bisschen ruhig, Ah, ne, wir haben sogar Besuch, lol, wir haben zwei Gäste, na, schauen wir mal nach oben, will.de K1 und der andere, wir kommen im, let's play, so, oh, wir haben zwei Mails, wer schickt uns denn an unser, an unser let's play, kommt du Mails, Jetzt, äh, ich hoffe, da sind keine persönlichen Daten drin, aber ich weiß, die jetzt halt einfach direkt zeigen, ich meine, wer E-Mails an unser let's play, Konto sendet, der muss damit rechnen, dass die im let's play auch vorkommen, ähm, ich hoffe, da ist jetzt keine böse Nachricht drin, die im Internet nicht gezeigt werden darf, oder irgendwelche sexistischen Sachen, oder allgemein, äh, pornografisch, mal gucken, einfach, machen wir den überhaupt in Box, in Box, so, der Eimer, die Eimer, Die Eimer waren im Protected-Gebiet, welche Eimer? Haben wir letztens irgendwelche Eimer gesucht? Die Eimer waren im Protected-Gebiet, Protected-Gebiet, Sie ist ja gerade on, frage ich einfach mal hin, Wegen Deiner Mail Welche Eimer? Mit Grad Brain AFK Oh, AFK hat mich schon falsch geschrieben Weiß ich auch nicht mehr, oder weiß er auch nicht mehr, ist ja ein Junge Ah, Bild baut langsam auf, sehr schön Die, die du mal in einer Folge aus der Kiste rausgenommen hast Also, J.J.K.1, falls du diese Folge siehst, mein Hirn, äh, ist wie eine Festplatte, die jedes Mal, wenn der Rechte runtergefahren wird, einmal komplett gelöscht wird Also, von daher, habe ich gerade absolut keinen Plan, was du von mir willst Sorry Du dachtest, die wären unprotected, aber die waren protected und du konntest die nur rausnehmen, weil du Rechte hattest Oh Ja Ähm, gleich mal Rechte nehmen Stimmt ja, wir haben ja hier mit einem privilegierten Konto, darauf muss ich immer aufpassen Also, Rechte haben wir überhaupt Einfach alle Einfach alle Äh, ich habe ja echt einfach, ich habe sogar Serverprivileg Loll, ja, ja Und halt, RBS habe ich auch, im Protection Bypass habe ich alles Genau Ja, das war ja überhaupt, na gut Dann würde ich mal sagen, ähm Ähm Äh, ja Das, ähm Scheiße Fuck my life Ja gut, ja gut Ähm, ähm, ähm Geht das jetzt einfach, indem ich mir jetzt einfach alles nehme, hoffentlich nehme ich mir da nicht zu viel Und ich kann gar nichts mehr machen Revoke Äh Ronyx Also erstmal Areas Ah, die Areas brauche ich, um selber welche anzulegen Oh, ich bin gerade wirklich komplett vorbei in AFK, was ist hier los gerade Also Normale Spieler haben nur Schaut Für Chatten Dann haben sie einmal Home ist irgendwo noch zu sagen, wo ist ein Home Hatte ich nicht noch Home? Ach da, genau, da Äh Also einmal Also einmal Show zum Chatten Home, um den Home-Punkt zu setzen Und einmal dann halt Interact Und, ja, um halt mit dem Spiel zu Interacten Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal alles andere weg Ähm Server Ach guck, machen wir mal so hier Wieso geht das nicht? Ach, okay Äh Äh Ist nicht die F10-Taste, sondern die F11-Taste So Ähm Kann es trotzdem Ronix kann es trotzdem griefen Achso, hier oben, wegen dem Tipp Protecte dein Haus, damit es keiner griefen kann Und dann JK1 gerade Ronix kann es trotzdem griefen Ich bereinige gerade meine Rechte Rechte So, dann nehmen wir mal alles raus, was admin-mäßig ist Ähm, das heißt, wo sind meine Rechte, 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 da Ähm, Teleport, kommt raus Ähm, Teleport, kommt raus Was? Evoke Achso, ich muss ja noch meinen Namen angeben Volker Teleport Dann auf jeden Fall Server Dann auf jeden Fall Server Was schreit denn hier? Server Äh Shop admin Dann Dann Travel Net Ach, ich mach mir einfach alles Evoke Volker All Mal gucken, was dann passiert Ich schreib auch noch Volker falsch Na, war da klar Ach, ich bin ja gar nicht Volker Ach, ich hab grad mehr Oh, was tue ich jetzt gerade? Ich hab grad Volker alle Rechte genommen Oh Okay, also Grand Volker All Ja Jetzt hat er wieder alles Und jetzt Revoke Ronix All Das hatte ich nämlich befürchtet Jetzt hab ich mir nämlich auch grad die Rechte genommen zu chatten Ich kann also in der Welt einfach mal gar nichts mehr machen Warum geht das? Ja, ich kann mit der Welt nicht mehr interagieren Für mich ist die Welt jetzt quasi schreibgeschützt Ich bin jetzt quasi reiner Betrachter Ja, leck mich doch am Arsch Oh man, was suche ich hier gerade? Ich will sterben Ähm Ähm Ja gut, dann müssen wir einmal kurz raus Oh Gott, ich will sterben So, dann gehen wir nochmal über das Terminal rein Jetzt sagen wir hier nochmal Grand Volker All Damit ich auch wirklich wieder alle Rechte habe Und jetzt, äh Grand Ronix Ähm Schaut Dann einmal Interact Und einmal Home Und vielleicht, weil es das im Spiel noch was bringt Area High Limits Oh, Limit Perfekt Perfekt So, das sollte passen Dann Nein, nicht Escape Sondern F8 Genau Exit Und dann gehen wir wieder rein Äh Interact Home Schaut Genau Ja, hat, hat die Jetzt hat gerade auch geschrieben Äh Seht ja gerade die Terminal Ronix kann jetzt trotzdem Genau Ich bereinige gerade meine Rechte Habe ich geschrieben und auch auf R Interact Home showed Areas High Limit Mehr brauchst du nicht So Okay Hatte mir alle Rechte genommen Okay So Nun Hab Ich Wieder Die Von Dir Gerade Genannten Was? Genannten Sehr schön Das heißt Jetzt können wir mit einem ganz normalen Spiel account ganz normal spielen ohne alles kaputt zu machen von anderen Spielern Sehr schön So Jetzt gucken wir nochmal bei Inbox Da war ja jetzt nur die Nachrichten Äh Genau Die können wir einfach mal Deleten Sehr schön Jetzt können wir endlich mal anfangen zu spielen Nice So Genau Hier hatten wir unsere kleine Schwimmende Insel gebaut Ähm Und mittlerweile auch ein paar bei mit drauf wachsen Sehr schön Die schlagen wir auch gleich mal direkt ab Einfach Because we can Hab jetzt wieder mein Interact Privileg Sehr schön Komm ich da ran an den Baum Ja Easy peasy So Dann einmal den Baum dahinten Den Baum dahinten Den Baum dahinten Dann einmal Oh diese Blätter hier überall Ist ja hier auch schon Ist ja schon ein bisschen Oh diese Plop Geräusche Die gehen einem aber auch hart auf den Sack Komm ich da ran Ja In der Schub In der Schub So Hier nochmal Ja Ja komm ne ganz Perfekt Alter Ein Pixel groß Komm ich ran Mehr halt einfach gar nicht So Komm ich hier Dann komm ich natürlich nicht mehr ran Und muss auch aufpassen Weil wenn ich hier runter falle Dann ist einfach mal Matschigucken Ja 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 Perfekt Dann kann ich die Baum wieder einpflanzen Dann haben wir wieder ein bisschen Holz Sehr schön Holz vor der Hütte hat jeder gerne Vor allem dadurch dass das ja quasi das Rohmaterial Nummer eins ist Wenn wir das auch immer gebrauchen können Ähm Ach unser Feld ist auch mittlerweile fertig Sehr schön Boah Boah Alter Also im Spiel hab ich grad nichts geändert Das heißt ich hab einfach mal ne Lautstrecke zu hoch eingestellt Kriger hier quasi ein Tinnitus Das ist schon schön Schlimm ey Ähm Was Ronix Ähh Wieder vergessen Jjk1, wusstest du eigentlich schon, dass man mit Worldedit mit Prozente füllen kann, also zum Beispiel 40% Koppelstein, 30% Stein und 30% Erde, da wird das per Zufall gefüllt. Und, yep, hab ich letztens bei Slash Slash Help All gesehen. So. Geht darum, ich und Jjk1 wollten damals so eine Fläche füllen und da waren wir uns nicht sicher, ob es bei Jjk1, weil kann man ja ein Gebiet markieren und dann halt mit etwas füllen und da kann ich aber bis dahin nur diesen Set-Befehl und da wird halt der gesamte Bereich mit einem Item-Typ gesetzt. Oh, wir werden mal kurz da noch mal nachgucken. Und da war halt das Gespräch, dass wir, wenn wir nur das Gebiet auffüllen wollen, es halt sinnvoller ist, wenn wir jetzt das gesamte Gebiet halt mit Stein auffüllen, dass dann halt auch sowas wie Kohle mit dabei ist und Diamanten. Dann halt das klassische Gestein, folgt nicht nur Gesteine, sondern auch Bodenschätze zum Beispiel und ob sowas halt mit Weltindex halt möglich ist. Und da hatte ich halt gesagt, nein, weil ich die Befehlheit nicht kannte und habe ich dann aber später gesehen, es geht doch. Ja, und jetzt, genau, darum geht's halt. So, da ist die Wolfendecke, sehr schön. Gut, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier einen Mammutbaum, sehr, sehr schön. Hat er denn jetzt schon gepflanzt gehabt? Lull. Ich dachte, ich bin noch nie gewesen. Okay, ähm, genau, das heißt, erstmal hier alles wieder auslagern. Beziehungsweise, die Dinger können wir gleich wieder einpflanzen. Das, äh, das, das können wir gleich... Oh, jetzt kommt grad die Sonne raus, trösen. So, eigentlich habe ich jetzt meinen Rechner komplett verschoben. Das, äh, man sieht jetzt vielleicht im Hintergrund, die weiße Wand hier ist wesentlich näher. Ähm, und ja, dementsprechend bin ich jetzt immer aus der Mittagssonne raus. Das heißt, ich kann auch was auf dem Bildschirm sehen, wenn die Sonne reinknallt. Aber, dadurch, dass die Sonne quasi vor mir ist, also die Wand vor mir beleuchtet, blendet jetzt quasi die Wand bei mir immer. Ist immer ganz witzig. Also ich sehe trotzdem noch, wenn draußen sehr hell ist. So, egal. Lange Rede gar keinen Sinn. Die nächsten Bäume sind auch schon wieder so wach. Ich glaube, das ist nicht sogar ein relativ großer Baum hier. Das ist aber schön. Das sind aber mehrere große Bäume. Das ist aber sehr schön. So, ähm, genau. Die Frage ist, was bauen wir jetzt? Nein, eins ist runtergefallen. Oh mein Gott. Die Frage ist, was bauen wir jetzt? Ähm, wir können natürlich versuchen, hier ein richtiges Haus draufzubauen. Die Sache ist aber, die Grundfläche ist dafür halt einfach viel zu... Ups, das ist... Vergehe ich mich, Shift-Taste dabei zu drücken. Danke dafür. Ähm, die Grundfläche ist halt für ein richtiges Haus viel zu klein. Wobei es geht eigentlich. Also ein kleines Haus könnte man noch oft sogar bauen. Oder so ein Hexenhaus, was halt unten extrem klein ist und dann auch umso riesig groß wird. Ähm. Ich meine, der Berg hier ist sowieso so instabil. Da braucht man sich um Star-Tex sowieso keine Sorgen machen. Die gibt es hier schlicht und ergreifend einfach gar nicht. Ähm, von daher können wir auch ein Haus bauen, was nach oben größer wird. Und nicht kleiner. Ich meine, Häuser, die nach oben hin größer werden, sind ja auch im Echten möglich. Man hat dann halt quasi im unteren Bereich, wo das Haus ja kleiner ist, halt mehr Verstrebung als Wohnfläche quasi. Und dann auch oben hin fächert sich das Ganze dann auf. Gibt es garantiert irgendwelche Metropolen? Die Frage ist halt, wollen wir hier wirklich sowas hinbauen? Vor allen Dingen, ähm, wäre es dann erstmal sinnvoller, unsere Grundfläche eben noch ein bisschen größer zu machen. Dann müsste aber der Baum wieder weg. Oder wir machen ein Baumhaus. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir machen tatsächlich fast ein Baumhaus, oder? Ich komme da nicht ran. Weg. Oh, Entschuldigung. Ein Baumhaus? Dann machen wir quasi, äh... Dann stellen wir da quasi noch vier so eine großen, äh, noch drei große Bäume hin, sodass wir insgesamt vier haben. Und in diesen vier Bäumen, damit tragen wir quasi unser Holzkohlengerüstigster Bumsfrider ein. Und können dann darin das Holz, Haushölz, Holzholz bauen. Ähm, danke. Müssen wir mal gucken, ob das so wird. wir sagen wir pflanzen erstmal die bäume und dann gucken wir mal wie groß damit er vielleicht überhaupt kommt vor allem müssen wir hoffen dass dann gleich alle bäume sondern schon große bäume werden wollen bei den mammutbäumen ist ja auch zwei verschiedene größen und das war zum beispiel der kleinere von den beiden so hier mal wieder ein bisschen zeug einpflanzen war schon zu viel ich habe keine ahnung davon jetzt zwölf genau das sind jetzt zwölf 13 13 so der kommt ist hier dann wäre der nächste baum ja die grundschläche ist doch relativ schnell relativ klein und bei der breite aber ohne viel mehr platz ok wir gucken mal ganz kurz also hier wäre 1 2 3 4 5 6 möglich in die richtung wäre 1 2 3 4 5 6 möglich dass das gut aus wenn da so bis an die kante so ein ding ist doch muss gut das heißt dann machen wir es genau so dann machen wir sechs mal sechs also insgesamt 8 mal 8 leider ist unser feld wahrscheinlich im weg die treppe sind weg na gut die kann man verschieben das kein problem ok das heißt wir brauchen saplings 1 2 3 4 5 hier kommt einer hin da kommt einer hin da kommt einer hin ich machte erst mal sand hin später tausche ich den sand aber mit ähm von baum stücken aus damit es von unten dann noch ordentlich aussieht hallo bitte pflanze hin danke so jetzt hier mal das gleiche 1 2 3 4 und dann kommt hier da 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 einmal erde hin perfekt und jetzt 1 2 3 4 aber auch technisch gesehen erstmal kein problem doch ist es ja kommt hier ja kommt hier ad schau mit v so da kommen wir nochmal zwei mal mobile hin easy peasy was ist richtig na ich hab die falschen genommen der hätte zu bleiben können ja dann muss weg so aber hier muss nämlich jetzt erde hin genau was are you fucking kidding me was ist mit dir los hier sollte man ein baum wachsen was ist denn hier los ich glaube bei dir hackts also was kommt es noch jetzt warum wachsen jetzt nur kleine bäume diese re release ich habe eisen bäume gepflanzt diese roh kloppt schön controllä für dschungel dschungel ich ha Linke 선물 d ist K hier k habe ich die alle hier kommt überhaupt her habe ich ihn gepflanzt nein ich habe keine ahnung okay jetzt mal hoch denn ich brauche schon mit der klinge dann muss der moment wieder weg also hier muss es da muss es hin und hier muss es hin hoch und versuchen mal von oben auch ein paar sätze zu bekommen das heißt wir müssen erst mal kleinere bäume anpflanzen solange bis wir 16 bäume haben kann ich nicht eigentlich einfach kommt ja der wollte doch um die ecke ja Ja, etwa drüben die Ecke. Na gut, dann warten wir mal, wenn wir es jetzt nicht abbauen. Nein, meine Axt ist weg. Das kann die Wall-Sein. Haben wir noch eine? Nein, haben wir nicht. Dann baue ich mal schnell eine. Wow, wieso fällt es denn da runter? Was ist denn hier los? Wie über das Sapling-Fall da runter? Dann gibt es auch hier. Krieg. Wir haben gerade mal zwei Sapling-Fall. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr schon gucken, wo die hinfallen? Nein. Oh mein Gott. So, wir haben schon mal zehn Zepplinge gelassen. Müssen eigentlich ausreichen sogar. Ja, die wollen wir jetzt ja auch mit der Handkante fällen dürfen. Danke dafür. Oh, F-Gaming have left the game. Have left the game. Na klar. Wollt ihr gerade hier mit meiner deutschen Grammatik kommen? Äh. Es hat sehr gut funktioniert. Ah, siehst du, wir kriegen sie gerade matthaler. Sehr schön. Wisst ihr, äh, bei Michael gab es jetzt mittlerweile vor kurzem ein Update. Ähm. Wir spielen jetzt gerade mit der Version 0.56.2, glaube. Doch, müsst ihr sein. Also 0.56.2. Hä? Brauchst du auch hier oder was? Was ist mit dir los? Dankeschön. Ähm. Und da wurde jetzt eine Menge überarbeitet. Zum Beispiel das gesamte Gras-System wurde komplett überarbeitet. Äh. Es gibt jetzt nicht mehr Erde mit Gras und Erde mit trockenem Gras und Erde mit, weißt du, Geierwachsgras. Sondern es gibt nur noch Erde mit Gras. Und die Farbe des Grases wird mit einem Parameter 2 bestimmt. Wenn sich ein bisschen mit Mindtest auskennt, weißt du, was ich meine. Wenn sich damit nicht auskennt, dann wüsst du sowieso nicht, was ich meine. Von daher lassen wir jetzt einfach mal sowas im Raum stehen. Oh, das hat aber den, 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 ja, den Neimeffekt gehabt, dass diese ganzen grünen Flächen, die so im Dschungelbereich waren und ähnliches, dass da überall statt den Grasblöcken dieser Block war für unbekannter Block, was natürlich landschaftstechnisch sehr geil aussah. Vor allem, äh, und da muss ich Wusi auch sehr loben, wenn sie Änderungen beim Mindclone reinmacht, dann macht sie auch immer so einen sogenannten Update-Skript rein. Ist hier, glaube ich, als ABM, doch, als ABM oder irgendwie anders implementiert. Das heißt, wenn man in Blöcke, in Bereiche kommt, wo noch die alten Blöcke waren, die ja quasi jetzt veraltet und damit ungültig sind, dann werden diese automatisch gegen die neueren, ja, Blöcke quasi automatisch ersetzt. Was ich ganz geil finde. Äh, vor allem, wenn man dann in ein Gebiet reinkommt mit den alten Blöcken hat und erstmal überall, die, diese ganze Landschaft mit diesen roten Blöcken und dann ändert sich die Blöcke aber Stück für Stück wieder zu den neueren Grasblöcken. Das sieht schon geil aus. Ich weiß, ob man sowas hier im Netzplay mal zeigen kann. Ähm, ja, wenn das witzig. Aber dazu bräuchte ich mir das Recht, was ich mir gerade genommen habe. Und zwar Fly und Fast. Weil, ich glaube, mal, um so einen Bereich zu suchen, brauche ich mir ein bisschen. Und das jetzt mit Rumlaufen zu erreichen, naja, vielleicht ein bisschen aufwendig. So, dann sollte es das ja mit der Folge erstmal gewesen sein. Dann pflanze ich hier gleich mal ein paar Dschungelbäume ein. Wie soll ich jetzt nur noch, wie soll ich jetzt nur noch fünf Stück? Hatte ich nicht gerade zehn Stück? Hä? Ich hatte doch gerade noch zehn Stück. Was ist los? Was ist passiert? Why do you do this? Äh. Ah, easy. Äh, genau. So, die Folge ist erstmal vorbei. Bis gleich. Oh. Hätte ich gar nicht aufs Hochkass verlassen. Okay. Na gut. Dann, ähm, genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge kann ich ja mal stellen, vielleicht muss ich mal erst mal den Volker-Konto anmelden und das dann mal zeigen. Äh, in dem Sinne, bis dann.